Willkommen in die Stadt vom Heidelberg. Das ist jetzt die etwas modernere Teil vom Heidelberg. Da drüben ist eine harte Stelle. Das sieht man zwar nicht so gut, aber man erkennt das Zeichen. Da steht einfach nur ganz fett alte Brücken. Und hier habe ich zwei Menschen gesehen, die früher mit dem Ruderboot am Atom gerudert sind. Vielleicht sind es jetzt auf die anderen Seiten. Und da drüben war die prachtvolle Schloss, wo ich auch war. Da drüben ist auch noch ein Teil vom Schloss. Für mich mit ein paar moderne Gebäuden und so weiter und so fort. Ich glaube die renovieren was. Weil es ist halt auf der Brücken wo wir sind. Ich glaube die renovieren was. Oder die verschönern die Brücken, was weiß ich. Und da ist die Stadt, die von Jentrenberg was nicht kennen. Hier ist gut.